Ausgangspunkt ist dieses Bild, das vom Journalisten Thilo Jung auf Twitter verbreitet wurde, ein Fake-Dudeneintrag des Verbs Seehofern. Hintergrund davon ist die Regierungskrise im Sommer 2018, in der Innenminister Horst Seehofer unter anderem zwischenzeitlich seinen Rücktritt angeboten hat. Die Bedeutung des Verbs Seehofern wird hier angegeben mit es sich im letzten Moment noch anders überlegen und große Ankündigungen im letzten Moment zurückziehen. In dieser Zeit wurde Seehofern in den sozialen Medien häufig gebraucht, wie etwa hier schon zuvor von Katharina Nocun. Die angegebene Bedeutung unterscheidet sich hier von der ersten, die genaue Bedeutung von Seehofern ist aber gar nicht so relevant, sondern es geht einfach darum, das politische Geschehen spöttisch zu kommentieren. Das ist natürlich nicht neu, ein anderes Beispiel ist das Verb Lindnern. Es bezieht sich natürlich auf den FDP-Politiker Christian Lindner, der im November 2017 die Jamaika-Koalitionsverhandlungen platzen ließ. Die Satiresendung Extra 3 produzierte sogar einen eigenen Beitrag über Lindnern. Noch ein bisschen älter sind die Verben Wulfen und Gutenbergen. Sie beziehen sich auf politische Skandale in den Jahren 2011 und 2012. Aber es muss gar nicht unbedingt ein ganz spezieller Anlass vorliegen, wie folgende Beispiele aus der Presse zeigen. Beide Merkeln in ihrer Weise. Geht's um die Türkei, darf munter gestäubert werden. Trotzdem wäre es gut, wenn Merkel in der Diesel-Affäre etwas mehr schrödern würde. Im Streit um das geplante Raketenabwehrprogramm der Bush-Regierung Genschott sie so perfekt, als hätte sie ihr Leben lang nie etwas anderes getan. Dieses Muster scheint also sehr beliebt zu sein. Wie sind solche Wortbildungen aber sprachwissenschaftlich einzuordnen? Die Konversion ist ein Wortbildungsverfahren, bei dem sich die Wortart ohne Hinzutritt von Affixen verändert. Bei Derivationen wie schön zur Schönheit tritt das Suffix heid hinzu, während bei einer Konversion, etwa vom Verbstammlauf zum Substantiv derlauf, nur die Wortart wechselt. Diesen speziellen Fall kann man genauer noch als Verbstammkonversion bestimmen. Weitere Beispiele sind Schlagen, der Schlag sowie Besuchen, der Besuch. Es gibt aber auch den genau umgekehrten Fall, nämlich wenn ein Substantiv zugrunde liegt und daraus ein Verb gebildet wird, so etwa bei Fisch, das in den Verbstamm des Verbs Fischen überführt wird, oder auch bei Haus, Hausen. Anders als bei den drei linken Beispielen waren die Substantive Fisch und Haus zuerst da, erst dann wurden die dazugehörigen Verben gebildet. Und hierin fallen auch unsere Beispielverben Seehofern und Lindnern. Man kann sie als deonymische Konversionen bezeichnen. Deonymisch bedeutet aus einem Namen, weil hier liegen ja, anders als bei den obigen Beispielen, Eigennamen zugrunde. Auch ein Wort wie Kafkaesque ist deonymisch. Weil hier aber das Suffix Esk hinzutritt, handelt es sich nicht um eine Konversion, sondern um eine Derivation. Dieselmotor ist ein Beispiel für ein deonymisches Kompositum. Kommen wir aber wieder zu den Konversionen und deren Bedeutung zurück. Unter den lexikalisierten Wörtern gibt es vor allem Konversionen aus Tierbezeichnungen, die nach diesem Muster funktionieren, etwa Robben sich wie eine Robbe fortbewegen oder Hamstern sich wie ein Hamster Vorräte anschaffen. Genauso kann man Seehofern mit sich wie Horst Seehofer Verhalten paraphrasieren. Elke Donalis fasst zusammen, mit Verben wie Barzeln, Bramsen, Möllemannen, Popporn, Thomas Mannen, Wagnern und ähnlichen soll also ausgedrückt werden, dass sich jemand verhält, dass jemand aussieht, spricht, schreibt, denkt wie x. Im Unterschied zu den Tierkonversionen haben Deonomastika jedoch fast immer einen negativen Beiklang und eignen sich zur Polemik. Das trifft auf unsere Politikerkonversionen definitiv zu. Aber wie beständig sind sie eigentlich? Frauke Rüdebusch schrieb 2012 über das Verb Gutenbergen, seit Bekanntwerden dieser Vorfälle ist das Verb Gutenbergen als Synonym für Abschreiben, Abkopfern, Plagiieren mit der Konnotation, diesen Tatbestand womöglich noch herunterzuspielen, aus dem deutschen Wortschatz nicht mehr wegzudenken. Naja, da Gutenbergen eine relativ klar umrissene Bedeutung hat, ist es sicherlich noch eins der bekanntesten und langlebigeren Wörter. Ob es aber tatsächlich auch heute noch so frequent und nicht mehr wegzudenken ist, darf dennoch bezweifelt werden. Das müsste man in diesem Fall aber empirisch überprüfen. Stephanie Frieling schreibt hingegen, so aufsehenerregend die auf diese Weise gebildeten Wörter auch sein mögen, sie besitzen stets okkationellen Charakter und mit dem Verschwinden des hinter dem Namen stehenden Vorfalls aus der aktuellen Diskussion geraten auch diese Wörter in Vergessenheit. Speziell zu Gutenbergen schreibt sie an späterer Stelle, vor diesem Hintergrund scheint es recht wahrscheinlich, dass auch Gutenbergen, das aufgrund seiner Neuheit noch in keinem Wörterbuch zu finden ist, dem deutschen Wortschatz nicht langfristig erhalten bleiben wird. Das gilt wohl auch bzw. noch stärker für Seehofern und Lindnern, die eine weniger klar umrissene Bedeutung haben und in der Alltagssprache kaum verwendet werden dürften. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die deonymischen Konversionen aus Politikernamen wie alle neu gebildeten Verben schwach konjugiert werden, z.B. Lindnern, Lindnerter, Gelindnert, sie der Strukturformel jemand verhält sich wie x folgen, dabei aber negativ konnotiert sind. Um den Humor zu verstehen, ist politisches Hintergrundwissen nötig. Es sind im Normalfall Gelegenheitsbildungen, die nicht nachhaltig sind, aber unseren spielerischen Umgang mit Sprache veranschaulichen.